Es wird Zeit zu kämpfen. An was hast du gedacht? Hinter jeder Kugel, hinter jeder Kugel, die wir abfeuern, verwirkt sich eine Überzeugung. Ich weiß, wie man mit Waffen umgeht. Und zwar korrekt. Sie werden meinen Namen noch oft hören. Ich heiße Carlos. Mein Name ist Carlos. Ihr habt bestimmt von mir gehört. Es ist schon eine Weile her, dass Sie eine Schlagzeile haben. Und ohne die Presse existieren Sie nicht. Alles Chair. Das gibt es schon eine Schlagzeile. Haus Sie kommen wieder darauf hin oak.